Aber Bomber hat wirklich abgenommen seit letzten Abend und diesen Abend auch noch nicht so viel Bomber, aber die Mischung macht's und das finde ich ja gut und damit halt andererseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ich mach mal die Luke, Tresor und Gang zu. Ist Jäger's Waffe überhaupt eine MP? Jäger? M416 ist eigentlich was stürmisch ist. Aber Frost ist MP, ne? Ja. Ja. Bei Bandit wär's doch auf der ganz sicheren Seite, das Ding heißt ja schon so. MP7. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Dann erklärt's natürlich, warum ich noch keine MP schütze. Ich übe mich an der Wand als Zimmer! Komm, helf drüber. Komm, helf drüber. Wir können uns nicht sequenchen. Mann! Nee, warte, noch eine Wand gehen. Nee, ich muss die Dücken zumachen. Oder ist die im Raum, die Wand? Ja. Na, dann ist aber Treppenhaus loka offen. Die Tresorlupe ist zu... Kamera beim Cerbergebiet? Äh, haben die den Aufzug aufgesprengt? Ich guck mal. Ne, Aufzug ist noch zu. NOMAD, haben sie die schon drin? Die ist bei der Garage gerade vorgelaufen. Die war im gelben Ping. Am Aufzug ist auch jemand. Aufzugtreppe ist jemand. Da sind zwei. Oh, oh, scheiße, was von wo denn noch? Ja, er springt lang und angebracht, Mist. Woher weiß sie das, wenn er schon drin ist? Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Ach so, das gibt's doch mal nicht. Ich starte in der Ecke. Sofort eingreifen. Scheiße. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Das böse Auge war ja gar nicht an. Pfeu. Okay. Da hat man schon so viele Tote. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Scheißdreck. Zwei Drohnen beim Aufzug. Na komm schon. Das Gerät ist aktiviert. Nach dem Dornen. Das Gerät ist aktiviert. Nur noch zehn Sekunden. Das Gerät wurde platziert. Nur noch fünf Sekunden. Rechtsverteidigung aktiv. Die Gegner konnten den Bio-Gefahrgutbehälter nicht finden. Tür verbarrikadiert. Tür gesichert. Seht euch mein böses Auge an. Warum stirbt denn der eine nicht, ey? Und er gibt mir das. Ach, bescheuert. Bitte böse Auge im Bereich gucken. Kann man bestimmt einen Umbringer markieren. Magnet raus. Magnet ist bereit. Rot markiert. Jackal. Nomad ist hier wieder dabei. Mit bei Jack unten. Tiefgarage. Tiefgarage. Gut, die beiden sind weg. Willkommensbonus. Willkommensbonus. Ja. Willkommen, dass du auf dieser Karte bist. Willkommen, dass du in diese Matte getreten bist. Sorry, dass ich mir jetzt den Kegel geklaut habe. Ja, ich bin tot. Ach so. Was soll ich da jetzt machen? Soll ich dir dafür die... Willkommensmatte umplatzieren? Was kriegst du wieder? Du hast mir meinen Kegel geklaut. Entschuldigung. Es ist keiner zu sehen auf der Karte. Bei mir ist, glaube ich, einer. Also beim Sauberraum. Sah zumindest gerade so aus. Kannst du deine Augäpfel um die Ecken bewegen? Bin ich ein Chamäleon? Du hast gesagt, es sah so aus. Kamelen. Kamelen. Lass es tot. Ich dachte, das mit dem Umbringen wird halt nix. Und funktioniert nicht. Hat aber auch nicht funktioniert. War im Kopf. Oh mein Kerl. Deine Matte hat sich noch bewegt. Was ist da los? Was zählt denn eigentlich? Was ist da los? Du hast bestimmt die Waffe verkehrt rumgehalten. Ja, aber ich habe ja... Ja, ich müsste ja die Forstrunde zählen und nicht den Kill. Der Gegner hat sich bloß zu Tode erschreckt. Das zählt nicht als Maschinenpistole. Ich guck mal da rein im Keller. Ich guck mal Chefbüro. Ich habe ja kein Kill gemacht. Chefbüro sind sie, Chefbüro. Frau Frost haben sie da und... Und ein Fragezeichen. Kannst du nicht warten, bis ich oben bin? Das machst du nur im Keller, die sind ganz oben, Horkai. Du sollst ja warten. Schnell mal. Alter Mann, ist nicht so schnell. Du hast Dick vergessen. Sehr schön. Alle bekannt spritzten meine Letzte. Oh, ein Wandangucker. 10 Sekunden. Am Haupteingang ist schon Tür offen. Vorsicht raus, Rainer. Weiß ihr das spawnen wollt? Heller mit dem Hintergrund. Weiter zu seiner Position. Mit bunten Haaren. Was für Haare? Bunte. So Smarties, oder? Ne, so bunte, bunte. Also so wie in dem 2. Ich mach bloß eine Kamera-Einfahrt, Zelfina. Keine Willkommensmatten hier. Bei uns an den Fenstern. Im Gang ist gerade auch niemand. Hausmeisterschrank ist gerade auch leer. Da ist eine Drohne. Da ist eine Drohne. Ich erschieße sie. Also gab es Spaß noch nicht zu sehen. Wir gehen mal rein. Beim Aufzug ist jetzt jemand zu hören. Beim Aufzug. Frau Frost. Beim Aufzug gelb markiert. Also gelber Ping. Da ist sie. Dort? Ne, ne? Ne. Na, komm. Na, komm. Oh, Mensch, komm. Oh, Mann. Guckt denn keiner in den Gang, Alter? Was macht ihr denn? Ah. Spreng da doch klar. 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 Oh. Hast ein Loch in der Wand. Aufpassen. Habe ich aufgemacht. Fahrschuh ist noch einer. Keiner vom eigenen Tod verbleibt. Motzi ist hinter am Schreibtisch, glaube ich. Okay. Ach, Motzi sag ich schon. Ah, da kommt jemand. Geil Raum bei dir ist. Ist die Kamera im Gang noch? Ja. Okay, dann gucke ich jetzt ins Chefbüro rein. Hier robbt auch wer. Hinter dem Chef Schreibtisch war jemand. Ja. Bleib an der Gegner. Geh rein. Die ist nicht drin. Die kommt, die kommt vom... Wo? Fachstuhl? Okay. Wo du rein bist. Danke für die Info. Eigener Tock hat Gegner eliminiert. Wie kam die Treppe? Beim Pieper. Oder? Beim Aufzug. Beim Aufzug die Treppe. Okay. Ich wollte da, bevor Hocker gestorben ist, nämlich beim Pieper abdecken. Ehe da Grabschau ankommt. Ja, wobei es sind ja jeweils mit Piepern ausgestattet, die Treppenhäuser. Aber das bei der... beim Pausenraum. Bei der Küche. Beim aquiher... Okay. Okay, okay... going in. ich guck mal chefbüro der rennt schon jemand hat eine schrothbühne benutzt irgendwo archiv vielleicht oben sind sie auf jeden fall nicht archiv glaube ich irgendwo in der ecke wir haben auch abruppelbremsen mann und herzschlagmann nah ein gegentür haben gesprungen nein fast dann guck mal mit deiner kamera 5 sekunden bis einsatz weiter zum bio gefahrgut behälter und diesen sichern blau bringt blau um stand wohl am europälettenraum im weg blau bringt blau um keine fallen oben beim finanzbüro aktien andersrum jemand mit jack mit zwei im archivraum zwei im bereich sicheren raum die letzten beiden sind beide im raum ein gegner verbleibst klauen die nicht mehr wie gilt eigener trupp erfolgreich ups hmmm sieht irgendwie ein bisschen komisch aus fast schon wie photoshop obwohl die leute sich hier drin bewegen in der haupthalle draußen wirkt ja irgendwie authentischer dieses endbild aber das sind bloß kleinigkeiten und nicht so entscheidend aber man musste das unbedingt ändern und damit bis zum nächsten mal machts gut und tschüss tschüss lives mel nicht hier Untertitelung des ZDF, 2020